Ja, moin liebe Freunde, ein herzliches Willkommen zum kleinen Video. Ich muss euch heute leider mitteilen, dass der Kampf zwischen mir und SasanneTV leider nicht stattfinden wird. Also ihr werdet heute keinen MPBL-Kampf von mir bekommen, deswegen so ein kleines Infovideo. Schaut auf jeden Fall bei den anderen Geis vorbei. Der liebe SasanneTV ist im Urlaub und deswegen gibt es hier auch leider kein Fight. Ja, ich hoffe er hat Spaß im Urlaub. Schaut auf jeden Fall mal rein. Ansonsten guckt euch das letzte Video von gestern an oder sehe ich so, es selber irgendwo hier werde ich euch mal hinpacken. Vielen Dank fürs Zusehen. Wie gesagt, ist ein kleines Update. Der Kampf wird dann die Tage kommen, also wenn der liebe SasanneTV wieder da ist aus dem Urlaub, dann werden wir den Kampf schnell machen und dann werden wir den wahrscheinlich irgendwie mitten in der Woche irgendwie mal hochladen, am Mittwoch oder so irgendwie so. Ich halte euch da auf jeden Fall auf den Laufenden. Ich kann nur noch nicht genau sagen, wann das ist, weil wir erstmal einen Termin finden müssen, wenn er wieder da ist. Also wenn er da ist, müssen wir einen Termin finden, wenn er Zeit hat, weil er ja auch noch die anderen Kämpfe da machen muss, die dann sowieso anliegen. Deswegen mal schauen. Ich weiß nicht, wann genau das sein wird. Vielen Dank. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstag. Ja, wir sehen uns morgen wieder zum neuen Video. Da kommt, glaube ich, Zul-Silver, ganz normal. Und ansonsten, genau, morgen kommt, glaube ich, auch noch der Japan-Vlog, wenn ich es schaffen sollte, den abzuladen. Und ansonsten sehen wir uns die Tage wieder. Bis dato. Tschüss. I bet your parents taught you that you mean something. Ehre genommen, vorhaut genommen, lebend genommen. Und ansonsten sehen wir uns heute schon wieder.